The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. April. In Europa herrscht Krieg und die Regierungsampel schießt scharf und zwar mit Geld, das sie gar nicht besitzt. Das kostet alles. Die Ukraine, die steigenden Energiekosten und dann auch noch der Weiterbetrieb von Impfzentren und Bürgertests. Denn die Pandemie, die gibt es ja auch noch. Finanzminister Christian Lindner gestern zum beschlossenen Nachtragshaushalt mit seinen 140 Milliarden Euro neuen Schulden. Es ist für einen Finanzminister, der das Ziel der Solidität der öffentlichen Haushalte zu einer Priorität erklärt hat. Es ist keine befriedigende Zahl, aber es ist Ausdruck auch von staatspolitischer Verantwortung, dass in diesem Jahr die Bundesregierung handelt. Deshalb in diesem Jahr ist es eine Realität, dass wir planen müssen mit knapp 140 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme. Fakt ist, zu diesen 140 Milliarden neuen Schulden kommt noch das Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro dazu. Da steht Sondervermögen drauf, aber es sind ausschließlich Schulden drin. Aller Betrug beginnt mit Metaphernbetrug. So wie die Prostituierte in werflicher Absicht von Liebe spricht, spricht der Finanzminister von Sondervermögen, das in Wahrheit eben aus einem großen Schuldschein besteht. Und beide, der Finanzminister und die Prostituierte, verbindet die Liebe zum Geld anderer Menschen. Technisch gesprochen ist dieser Schuldentopf ein separater Haushalt, mit der Kompetenz, selbst neue Kredite aufnehmen zu können. Und trotzdem will der Finanzminister im nächsten Jahr wieder die Finanzen des Staates auf Kurs bringen. Zumindest verspricht er, dass die Schuldenbremse wieder eingehalten werden könnte. Das Ziel ist nach wie vor, im kommenden Jahr zur Schuldenbremse des Grundgesetzes zurückzukehren. Das ist im Übrigen ja, wie Sie wissen, nach meiner festen Überzeugung nicht eine einfache politische Entscheidung, sondern unsere Verpflichtung, die sich aus der Verfassung ergibt. Bei mir ist jetzt der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Einen schönen guten Morgen, Mick. Guten Morgen, Gabor. Was macht das mit der FDP, die ja eigentlich die Partei der Steuersenkung und auch der soliden Staatsfinanzen war und jetzt als einzige Partei der Ampel nicht von der Regierungspolitik profitiert? Ja, Gabor, das ist die DNA der FDP, da hast du völlig recht. Und dieses Markenversprechen, solide Finanzpolitik, ist massiv lädiert. 240 Milliarden Euro Neuverschuldung in diesem Jahr. Rekordschuldenminister Lindner. Und die FDP, die hadert. Und sie verlangt Gegenmaßnahmen. Und deswegen muss Lindner rauskommen aus dieser Gießkannen-Geldausgabepolitik, die er seit Monaten fährt, um sich mit dem Kanzler nicht anzulegen, um sich mit den Koalitionspartnern nicht anzulegen. Da war beim vergangenen Parteitag, am vergangenen Wochenende, war ganz viel Wunsch nach FDP pur. Und das Gegenteil macht er im Moment. Das heißt, er muss auch mal ein Tänzchen mit den anderen wagen. Dieses Kuschel-Kurs-ähnliche Verhalten wird keinen Erfolg bringen, richtig? Richtig, Gabor. Aber man verlangt von ihm dann wenigstens mal Akzente in Richtung Einsparungen. Vielleicht auch mal, dass sozialdemokratische Kernanliegen aus dem Koalitionsvertrag nach hinten geschoben werden. Und nicht nur die liberalen Kernanliegen, wie zum Beispiel die Superabschreibung, die plötzlich nicht mehr kommen sollen. Die solide Finanzpolitik, die über den Haufen geworfen wird. Wo ist also Lindners Akzent, auch mal sich mit den Koalitionspartnern anzulegen? Dieser Wunsch ist groß in der FDP und er wird zusehends auch kommuniziert. Hinter jedem Parteichef stehen ja die Unterstützer, sonst gäbe ich es ihn gar nicht. Aber, Mick, da stehen ja auch die Kritiker hinter jedem Parteichef, haben manchmal das Messer schon im Gewande. Falls also die NRW-Wahl schief geht für die FDP und die Umfragen im Bund weiter absacken, was passiert dann? Ja, ich glaube, es geht erstmal nicht schief in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, weil die Liberalen für beide Konstellationen gebraucht werden. Also, dass die FDP in Kiel und in Düsseldorf aus der Regierung fliegt, ist sehr unrealistisch. Weil sie kann mit der Ampel vielleicht sogar gegen die CDU Nordrhein-Westfalen reüssieren. Und in Kiel sieht es alles nach einer weiteren Fortsetzung der Jamaika-Koalition aus. Insofern kann sich Lindner, glaube ich, auch nach diesen Landtagswahlen retten. Aber die Nächsten kommen, im Herbst stehen Niedersachsen an. Und er muss irgendwann wahrscheinlich eines seiner zentralen Versprechen kassieren, nämlich, dass die Schuldenbremse nächstes Jahr nicht mehr einzuhalten ist. Davon geht er bisher aus, dass das gelingt. Kein Ökonom traut ihm das zu. Insofern könnte es Ende des Jahres für Lindner wirklich hart werden. Und dann auch die Kritiker, die es alle gibt, die sich im Moment aber nicht offen zeigen, dann doch vielleicht hinter dem Vorhang hervorlugen. Wer ist ein gefährlichster Gegner oder vielleicht auch Gegnerin? Ja, die kommen im Zweifel immer über die Länder. Das ist so, das war auch schon immer so. Insofern, wenn NRW-FDP-Chef Joachim Stamp, der stellvertretende Ministerpräsident, gewinnt sich mit den latenten Kritikern im Bund. Da gibt es einen Konstantin Kuhle, da gibt es einen Johannes Vogel. Es gibt immer wieder auch welche in der zweiten und dritten Reihe der FDP, die sich das auch zutrauen können. Wenn die sich zusammenschließen, dann wird es für Christian Lindner schwer. Das ist jetzt noch nicht zu sehen. Aber die Personen, die in Frage kommen, die gibt es schon. Frau Strack-Zimmermann? Frau Strack-Zimmermann ist am Ende auch ein Produkt von Christian Lindners FDP in Nordrhein-Westfalen. Sie geht nur so weit, wie es der Parteichef zulässt. Da bin ich sehr von überzeugt. Es war immerhin auch Lindner, der sie auf die bundespolitische Bühne überhaupt geholt hat. Ich glaube, da ist keine Gefahr. Vielen Dank, Meg. Bitte, Gabor. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sigmar Gabriel, ehemals Vizekanzler und Außenminister und heute Chef der Atlantikbrücke, spricht in einer neuen Ausgabe des World Briefing über den Konflikt mit Russland und auch über die Grenzen der Ausgrenzung. Russland ist nicht Nordkorea. Russland, das können Sie auch ganz gut sehen, wie sich die Staaten verhalten. 141 Staaten der NG3-Versammlung haben den Einmarsch Russlands in der Ukraine verurteilt. Ich glaube, nur knapp 40 beteiligen sich an den Sanktionen. Anne Schwedt an der Wall Street kennt die neuesten Quartalszahlen von Facebook und Annette Weisbach in Frankfurt analysiert, warum der Euro derzeit so schwächelt. Außerdem dank ADAC steigen wir aufs Fahrrad. Wer hätte das denn gedacht? Und wir freuen uns über Haustiere als die Wohlfühlpartner für den Menschen. Die einzige Gewissheit dieser Tage ist das Faktum, dass es keine Gewissheiten mehr gibt. Erst künftige Generationen werden aus der Ferne wahrscheinlich Strukturen und Narrative erkennen oder auch konstruieren. Die gekippte alte Ordnung jedenfalls aus politischen Kräften, die sich im Gleichgewicht hielten, die ist untergegangen. Und die verblichene Stärke eines Westens, der ungläubig auf die Welt schaut, ist unsere neue Realität. Die Rückkehr des Krieges nach Europa ist da nur eine Folge. Immerhin ist der Westen in seinem Erschrecken und auch Entsetzen wieder geeint. Immerhin haben wir unsere Fähigkeit zur Analyse nicht verloren. Und das liegt auch an Menschen wie ihm, Sigmar Gabriel. Er war wieder an Bord der Pioneer One gestern Abend, um live vor Publikum und im Gespräch mit Chelsea Speaker in einer neuen Ausgabe des Pioneer Podcasts World Briefing die Weltlage zu analysieren. Morgen erscheint das gesamte Gespräch, ich würde denken 45, 50 Minuten lang, auf thepioneer.de. Und heute Morgen gibt es erste Auszüge, die in finsterster Weltlage für Erhellung sorgen mögen. Ja, dann herzlich willkommen auch von mir zu unserem World Briefing, unserem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel, heute im Live-Format. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, um gemeinsam mit uns zu diskutieren heute. Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Wir werfen erstmal einen Blick in den Westen. Herr Gabriel, die Stichwahl in Frankreich fand jetzt am Sonntag statt. Der liberale Emmanuel Macron wurde wiedergewählt, aber die rechtsextreme Le Pen kam immerhin auf 41 Prozent der Stimmen. Wie ist dieses Ergebnis zu werten? Erstmal hat Europa Glück gehabt, also vielleicht mehr als Glück. Es ist auch viel Arbeit von Emmanuel Macron gewesen, der ja, wenn man genau hinschaut, eigentlich erst den Wahlkampf nach dem ersten Wahlgang geöffnet hat. Davor hat er relativ wenig gemacht. Insofern ist das schon sein Wahlsieg, aber es zeigt auch, wie gespalten Frankreich ist. Er hat an Stimmen verloren, die Wahlbeteiligung ist auch etwas gesunken und sie hat nochmal zugelegt. Ich glaube, zwölf Millionen Wählerinnen und Wähler, beim letzten Mal waren es schon elf Millionen. Und man sieht auf der Landkarte, dass in den ländlichen Regionen Frankreichs und in den Vororten, auch da, wo die nicht so starken Einkommen zu Hause sind, doch in großem Maße Le Pen gewählt wurde. Und dass er es geschafft hat, das hat er den Wählern der Linken und der Grünen zu verdanken, die im zweiten Wahlgang zum Teil zu Hause geblieben sind, zum Teil ihn aber gewählt haben. Und das wird sicher keine einfache Präsidentschaft für ihn. Hinzu kommt, dass im Juni wieder gewählt wird in Frankreich die Nationalversammlung. Und da wird auch bestimmt, ob Macron tatsächlich eine Parlamentsmehrheit hat oder nicht. Wie ist Ihre Prognose dazu? Ich glaube, dass es möglich ist. Das Wahlrecht in Frankreich ist ja mal geändert worden. Davor war es immer so, dass ein Präsident, der gewählt wurde oder wiedergewählt wurde, danach auch eine parlamentarische Mehrheit bekam. Das war fast schon so angelegt. Das ist auch durch eine Änderung des Wahlrechts später dann mal anders geworden. François Mitterrand hat mal mit Jacques Chirac als Ministerpräsident leben müssen und Jacques Chirac mit Lionel Jospin, also das nennen die Franzosen Kohabitation. Wenn der Präsident anders politisch orientiert ist als der Ministerpräsident, das hat funktioniert. Aber es ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, weil bei aller Wertschätzung, die ich gegenüber Macron ganz bestimmt habe, eins stimmt auch, er hat insbesondere die bürgerlichen Parteien zerschlagen in Frankreich, aber keine neue Partei geschaffen. Er hat auch 2017 gesagt, dass er die Extreme ausmerzen würde. Das ist ihm anscheinend auch nicht wirklich gelungen jetzt. Nein, das kann ja auch nicht sozusagen einem einzelnen Politiker gelingen. Was aber jetzt in der Parlamentswahl das Problem ist, dass die Linke sich hinter Mélenchon versammelt, die Rechte hinter Le Pen und seine Partei, Republique en Marche, nicht wirklich verankert ist in den Wahlkreisen. Er hat in diesen fünf Jahren es nicht geschafft, eine bürgerlich-liberale Partei in Frankreich zu bilden, die quasi die Wähler aufnimmt, die durch die Zerschlagung der anderen Parteien übrig geblieben sind. Deswegen gibt es ein großes Risiko, dass er keine Mehrheit hat. Dann ist alles möglich, eine Koalition. Man wird ein bisschen sehen, wie er orientiert ist an der Frage, wer wird sein neuer Ministerpräsident. Kastex ist mal genommen worden, aber ich glaube, dass er jetzt mit dem Vorschlag, wer wird Premierminister im Vorwahlkampf der Parlamentswahlen, so machen die Franzosen das häufig, dass nach einer Präsidentschaftswahl der Ministerpräsident ausgetauscht wird und dann quasi der neue Ministerpräsident das Zugpferd für die Parlamentswahlen sein soll. Daran wird man sehen, ob er sich eher erhofft, auf der linken und auf der grünen Seite Stimmen zu bekommen oder eher auf dem traditionellen bürgerlich-konservativen Lager. Er muss jedenfalls was machen, denn so ohne weiteres wird es ihm nicht nochmal gelingen, wieder eine absolute Mehrheit im Parlament zu haben, die er ja auch schon verloren hat durch Austritte aus seiner Partei und Wechsler. Das wird ein schwieriges Experiment. Wir merken jetzt auch, dass Wirtschaftsinteressen auch unsere Sicherheitsinteressen sind, dass man sich in eine große Abhängigkeit von Russland begeben hat. Wie konnte man das machen in der Wirtschaft? In der Wirtschaft kennt man es, also es ist Procurement 101, dass man nicht nur einen Lieferanten hat, sondern man hat drei und wenn da eine nicht mehr liefern kann, dann gibt es noch zwei, die es können und die liefern dasselbe Produkt. Wenn Sie gestatten, das finde ich das schrecklichste Argument. Warum? Weil wir es der Wirtschaft überlassen haben. 2002 hat die Europäische Union die sogenannte Liberalisierung der Energiemärkte beschlossen. Einstimmig. Hinter diesem schönen Wort Liberalisierung verbirgt sich Privatisierung. Wir haben damals in Europa gesagt, der Staat muss raus aus der Zuständigkeit der Energieversorgung, weil der das viel zu teuer macht. Die Märkte machen das effizienter und kostengünstiger. Was übrigens stimmte. Und die großen Profiteure waren auch in Deutschland große Energieversorgungsunternehmen, die jetzt privat wurden, entstaatlicht. Klammer auf, heute gehören die Netze wieder dem Staat plus dem holländischen und die Kraftwerke gehören auch dem Staat plus dem finnischen und Klammer zu. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine europäische Rahmenrichtlinie und wer sich daran hält, der soll am Markt suchen, wie er das macht. Und was macht ein ordentliches kapitalistisches Unternehmen? Es nimmt die preiswertesten Angebote. Und das war russisches Erdgas. Ich glaube, dass das einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir in diese Abhängigkeit reingegangen sind, verbunden mit der Sicherheit der Politik. Wir wissen, wie die Russen sind. Wir haben mit denen gute Erfahrungen gemacht. Diese Kombination, der eine sagt, ich nehme die billigste Ressource und der andere sagt, das kannst du machen, wir kennen die Russen. Die Kombination ist die, die uns da reingeführt hat und daran sind wir, Leute wie ich, beteiligt. Ich finde interessant, wer heute sagt, er war nicht beteiligt. 2002 waren das eher andere Parteien als die SPD, die die Privatisierung der Energiewirtschaft in Europa gefordert haben. Stichwort die Erdgasspeicher, die dann an Gazprom 2014 übergeben wurden, verkauft wurden. Da gab es auch keine Einwände. Das war kurz nach Annexion der Krim. Und trotz der Sanktionen gegen Moskau wurde das damals gemacht. Da waren Sie Wirtschaftsminister. Wie gucken Sie heute auf diese Entscheidung zurück? Wegen der Krim haben wir damals natürlich auch Nord Stream nicht gestoppt. Denn nach der Annexion der Krim wollte Russland die Ukraine abkoppeln von der Erdgasversorgung. Vor ein paar Tagen haben Leute gefragt, warum ich mich eigentlich nach 2014 ständig mit Gazprom und den Russen getroffen hätte. Die Antwort ist relativ einfach. Es gibt so eine schöne Tabelle, wann ich mich mit wem getroffen habe. Und sie hat das ZDF gezeigt, aber irgendwie hat keiner die rechte Spalte gelesen. Da steht nämlich warum. So ein ordentliches Ministerium schreibt nicht nur auf, wo ist der Minister, sondern auch, was macht er da? Und die Sorge war damals, das war das Ziel der Russen, den Konflikt mit der Ukraine dadurch auch voranzutreiben, dass sie sie entkoppeln vom Erdgas. Wir haben gesagt, die Ukraine würde nicht bezahlen. Es gab große Winterpakete der Europäischen Union, die immer wieder erneut versucht haben, die Erdgasversorgung zu sichern. Und wir haben damals darüber verhandelt, Angela Merkel, ich auch, dass wir ein sogenanntes Reverse Flow machen. Also das Erdgas geht durch die transukrainische Pipeline, kommt in Europa an, wir bezahlen das, dann drehen wir das um und die Ukraine kauft das Gas bei uns und nicht in Russland. Das haben wir gemacht 2016 und haben ab 2016 dann sozusagen Nord Stream 2 verhandelt über die Frage, bleibt das dabei? Oder macht ihr, sobald Nord Stream 2 kommt, die ukrainische Pipeline dicht? Dieses Projekt funktioniert bis heute. Bis heute geht russisches Erdgas durch die transukrainische Pipeline, kommt bei uns um, wird umgedreht und geht an die Ukraine. Ich will nur sagen, das ist der Grund gewesen, warum wir 2014 nicht in den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ostukraine, über die Verhandlungen über den Rückzug schwerer Waffen, haben wir parallel dazu nicht Nord Stream infrage gestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Russen sagen, ihr müsst einen Waffenstillstand in der Ostukraine unterschreiben und übrigens, wir machen Nord Stream 2 kaputt, die war nicht besonders hoch. Das will heute alles keiner mehr wissen. Die Leute wissen gar nicht mehr, was Minsk war. Wir haben in Minsk einen Waffenstillstand verabredet, den Rückzug schwerer Waffen, den Austausch von Gefangenen, die Regionalisierung von Donetsk und Lugansk, aber in der Ukraine. Das sind die Minsker Abkommen gewesen, bei denen wir Russland gebraucht haben, sie zu unterschreiben. Die Vorstellung zu haben, ich sitze mit einem schwierigen Partner am Tisch und will, dass der das macht, der Unterschrift, und parallel sage ich ihm, übrigens, deine Gastpipeline, die machen wir mal zu. Das ist keine sehr realistische Vorstellung, wie Politik funktioniert. Gerhard Schröder hat jetzt in einem Artikel in der New York Times gesagt, und ich glaube, wir haben noch gar nicht so viel Zeit, um ausführlich über Gerhard Schröder zu sprechen. Aber er war glückgast. Vielleicht kommt das noch an den Fragen nachher. Aber der hat da gesagt, Sie können ein Land wie Russland langfristig nicht isolieren, weder politisch noch wirtschaftlich. Hat er recht? Ist es klug, alle Brücken hinter Putin abzubrechen? Es gibt ja leider noch Brücken, nicht mit uns, aber mit anderen Ländern. Also Russland ist nicht Nordkorea. Russland, das können Sie auch ganz gut sehen, wie sich die Staaten verhalten. 141 Staaten der NG3-Versammlung haben den Einmarsch Russlands in der Ukraine verurteilt. Ich glaube, nur knapp 40 beteiligen sich an den Sanktionen. Unter anderem China und Indien waren bei diesen 30 dabei, ne 40 waren es, die waren auch dabei, die haben entweder... auch über so viel Militärtechnik verfügt, dass andere Länder mit russlandweiter Handel betreiben werden. Allerdings, wir sollten uns nicht daran beteiligen. Und sozusagen auch Russland entkoppeln vom Teilhaber in westlicher Technologie. Das wird Russland nicht zum Paria der Weltpolitik machen, weil es diese Länder gibt. Aber das Russland nach der Ukraine, dem Krieg, ist ein anderes Russland, und zwar ein weitaus schwächeres als davor. Deswegen sage ich, der große Verlierer dieses Konfliktes ist natürlich, was die Opfer angeht, die Ukrainer. Politisch ist es Russland. Morgen früh also das World Briefing mit Sigmar Gabriel und Chelsea Speaker bei uns auf thepioneer.de und in der entsprechenden Pioneer App. Ich denke, es lohnt sich. Qualitätsjournalismus hat seinen Preis. Zumal dann, wenn er wie bei uns von Parteien unbeeinflusst und von der Werbeindustrie eben nicht finanziert ist. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Da schauen wir dem fliegenden Kanzler hinterher. Denn er bricht heute zu einer ersten Asienreise in seiner Amtszeit auf. Zielort ist Japan. Bei mir ist Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Gordon, warum ausgerechnet Japan und nicht, sagen wir mal, China? Ja, Gabor, es ist ein echter Paradigmenwechsel in der Asienpolitik von Olaf Scholz. Wenn wir mal zurückschauen auf die Amtszeiten von Angela Merkel. Die war zwölfmal insgesamt in China, fünfmal nur in Japan. Jetzt kehrt sich das merklich und spürbar um. Das kennzeichnet auch wirkliche geopolitische Verschiebungen. China wird nicht mehr ohne weiteres als Partner gesehen. Man will ja auch nicht denselben Fehler machen wie etwa mit Russland. Und deswegen soll mit Japan eine der verbliebenen demokratischen Kraft in der Region gestärkt werden. Was erhofft sich der Kanzler denn ganz konkret von diesem Staatsbesuch? Ja, diese Stärkung des Partners, die soll politisch und auch wirtschaftlich vollzogen werden. Da geht es zum Beispiel auch um das Thema Lieferketten. Beide Länder sind exportorientiert, leiden unter denselben Problemen aktuell in der Zeit des Krieges. Und Olaf Scholz wird hierzu auch eine Produktion zum Beispiel in Kawasaki besuchen und sich dann mit den japanischen Partnern austauschen. Und zu guter Letzt dient es auch der G7-Vorbereitung. Japan ist ja Teil der G7. Deutschland ist im Juni Gastgeber. Da besucht man vorher einen der wichtigsten Gäste. Du hast es ja thematisch schon leicht angedeutet. Wie ist dieser Besuch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zu deuten? Ja, auch da ist Japan auf einmal ein ganz wichtiger Partner in Asien geworden, nachdem China Peking sich ja teilweise auf die Seite von Moskau geschlagen hat. Aber Japan zum Beispiel hat bei allen Sanktionspaketen mitgestimmt. Und da geht es auch darum abzustimmen, wie man weiter gegen Russland vorgehen kann. Und eben auch so einen Anker, so einen Partner in Fernost zu haben. Vielen Dank, Gordon. Danke, Gabor. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Na, da gibt es heute wieder neue, spannende Quartalzahlen. Und Anne Schwedt in New York hat sie vor sich. Einen schönen guten Morgen, Anne. Hey, Gabor. Gestern kamen ja nachbörslich die Quartalzahlen von Facebook. Heute sagt man ja Meta zu der Firma von Mark Zuckerberg. Aber wie sind diese Zahlen ausgefallen, Anne? Da gab es echt eine große Überraschung tatsächlich. Die Erwartungen an Facebook waren ja aber auch eher nicht so gut, nachdem die letzten Quartalszahlen ja so schlecht waren, dass die Aktie um 26 Prozent fiel. Jetzt konnte Facebook aber doch für große Staunen sorgen, hier gestern an der Wall Street. Bei den Nutzerzahlen ging es wieder etwas aufwärts. Außerdem konnte Meta den Umsatz um 7 Prozent steigern. Und auch beim Gewinn konnte der Konzern die Erwartungen übertreffen. Der Ausblick für das kommende Quartal liegt in etwa in der Spanne, was da auch die Analysten sehen wollten. Facebooks Ziel ist es da, rund 30 Milliarden Dollar Umsatz zu machen. Meta leidet aber auch unter den doch eher schwächelnden Werbeeinnahmen wegen der generell abkühlenden Konjunktur, wegen eben der hohen Inflation und auch dem Ukraine-Krieg. Aber die Anleger hier an der Wall Street, die waren echt erleichtert nach den Zahlen. Für die Facebook-Aktie ging es deshalb nachbörsig um über 18 Prozent nach oben. Vielen Dank, Anne, für diesen Einblick. Und wir machen direkt weiter mit unserer Kollegin in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Der Euro ist auf ein Fünf-Jahres-Tief gefallen. Der Dollar dagegen wird immer stärker. Warum, Annette? Ist der Euro derzeit so schwach? Und welche Folgen wird das haben? Ja, der Euro ist auf ein Fünf-Jahres-Tief gefallen zum US-Dollar. Zuletzt sogar unter die Marke von 1,05 zum Dollar. Das ist wirklich sehr schwach und natürlich auch ein Problem für die EZB. Denn je niedriger der Außenwert des Euros, desto höher die potenziell importierte Inflation. Gleichzeitig sind Händler sehr klar in ihrem Meinungsbild. Die FED wird die Zinsen deutlich schneller, deutlich aggressiver erhöhen. Die EZB hat doch ein weiteres Problem, der unsichere wirtschaftliche Ausblick angesichts des Krieges in der Ukraine, angesichts eines potenziellen Stopps von Gaslieferungen aus Russland. Wir haben ja jetzt gesehen, dass Russland ernst macht, zumindest bei Polen und Bulgarien. Und es gibt auch durchaus Gründe, warum man annehmen könnte, dass Putin das auch ausweiten könnte. Und das hätte natürlich massive negative wirtschaftliche Folgen für die Eurozone. Und das könnte verhindern, dass die EZB die Zinsen deutlich anzieht. Der Devisenmarkt spielt genau dieses Szenario. Manch Analyst sagt auch, dass die Parität, also ein Level von 1,0 zum US-Dollar, durchaus in Reichweite sein könnte. Damals, als der Euro eingeführt worden ist, handelte er sogar unter dieser Parität, war also eine sehr schwache Gemeinschaftswährung. Na, dass Haustiere nicht nur glücklicher machen, sondern geistig auch noch fit halten. Genau das hat jetzt ein Forscherteam amerikanischer Universitäten herausgefunden. Was Hunde und Katzen die Menschen glücklicher machen, naja, das wussten wir schon vorher. Aber jetzt kommt es noch besser. Die Tiere sorgen dafür, dass ihre Halter geistig fitter bleiben als ihre Mitmenschen ohne Haustiere. Vor allem das Erinnern an Wortlisten fiel den Probanden mit Haustieren leichter. Immerhin, insgesamt vier Universitäten und darunter die University of Florida haben über sechs Jahre 1360 Erwachsene ab 50 Jahren mit mindestens einem Haustier begleitet. Auch in Amerika ist offenbar dafür ausreichend Geld da. Die Studie wurde jetzt veröffentlicht. Aber warum der kognitive Verfall bei Menschen mit Haustieren langsamer verläuft als bei Menschen ohne Haustieren, dazu liefern die Wissenschaftler erstmal keine genaue Erklärung. Aber wir haben da eine Vermutung. Tiere reduzieren den Stress und weniger Stress wirkt sich positiv auf unsere kognitiven Fähigkeiten aus. Wer denkt, der müsse sich also noch heute Vormittag Katz oder Hund anschaffen, der sollte eine Sekunde innehalten. Denn das Haustier, sagt diese Studie, muss gar nicht groß sein. Unter den Probanden waren auch Hamster und Reptilbesitzer. Also, wenn ihnen eine Eidechse oder vielleicht auch ein Goldfisch mehr zusagt, dann müsste das auch funktionieren. Das Gute an Eidechse und Goldfisch, beide hören gut zu und müssen abends garantiert nicht vor die Tür. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass es ausgerechnet den größten Lobbyverein der Autofahrer braucht, damit allen klar wird, wir könnten auch aufs Fahrrad umsacklen. Der ADAC. Der gelbe Klassensprecher aller motorisierten Deutschen hat angestoßen, dass man kurze Strecken doch vielleicht lieber mit dem Fahrrad bewerkstelligt. Und wer mit dem Auto unterwegs ist, der, naja, der sollte langsamer fahren. Sie wissen schon, wegen Putin und dem Krieg in der Ukraine. Das alles würde Sprit sparen und sei damit sinnvoll ohnehin. Das Ganze wird in einem offenen Brief an die über 20 Millionen ADAC-Mitglieder stehen, der jetzt verschickt werden soll. Donnerwetter. Der alte Slogan, freie Fahrt für freie Bürger. Der muss gar nicht geändert werden, nur neu interpretiert muss er werden. Vielleicht ist ja Freiheit nur ein anderes Wort für Fahrrad. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogenes. Grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. We are 12 billion light-years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true. But I know that I will always be with you. I'm worn by the fire of your love every day. So don't call me a liar. Just believe everything that I say. There are six billion people in the world, more or less. And it makes me feel quite small. But you're the one I love the most of all. I love the Most of all. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020